Alter, verbinde dich jetzt endlich mit einem scheiß WLAN! Ich drehe hier noch durch, aber äh... Moment mal, seit wann haben wir hier eigentlich vier WLANs zur Auswahl? Fritzbox 429, ist klar, das ist unsere. Mama, für Internet hier klicken, das WLAN gehört Beate. Martin Ruder King gehört Martin drüber. Aber wem zum Teufel gehört das WLAN mit dem Namen Ein Bier für eine Stunde surfen? Ich glaube, der versucht sich irgendwer an unser Dorf zu hacken. Da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Und wenn der das macht, dann könnte ich ihr einfach Ein Bier für zwei Stunden surfen anbieten. Hm...